Musik 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 Was wärst du hier für ein Eifel drauf? Das ist ein Bridgestone Ausrüstung, der hier drauf war. Also selbst da sehe ich. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR So, hier brauchst du Bis zum Sagen-Demann-Ansag Junge, Junge Das geht schnell Das war eng Kommt man auf einmal um die Ecke rund hoch Die Motorhaube auf, na super So, das machen wir den ADAC Hallo Kannst du die hier fast voll fahren? Ja, ja Aber den Rechtskrieg konnte ich auch mit dem A schon voll fahren Das ist eine Frage des Anfahrens Und richtig über diesen kleinen Hügel drüber zu kommen So, ich dachte, da hättest du leicht tot nehmen müssen Doch, du musst vorher einmal kurz lupfen Und dann kannst du aber so weit Du kriegst schon wieder voll aufs Gas Ach, scheiße Fuck, es ist ein ESB-Haus, das ist scheiße Hier ist ein ESB-Haus Oh, das ist ein ESB-Haus Ach, vieles ist ein ESB-Haus Und dann ist das Das ist ein ESB-Haus Und dann ist das Das ist so und das ist ein ESB-Haus Was ist da passiert bei deinem Spätauto-Event? Es ist auf einmal hinten einlenkend, wurde schon die Vorderachse unruhig und dann bist du, wenn du durch diese Schikade durchfährst, sind da in der Mitte von der Schikade zwei ganz fiese Wellen und auf einer dieser Welle hat es mir den Zweck einfach weggehebt. Eine Stelle, bei der du in der Vergangenheit auch schon mal Probleme hattest? Eigentlich noch nie. Scheiße. Das ist echt Mist. Da muss ich jetzt voll in die Eis damit, weil der mich noch überholt. Eigentlich kann der sich hier schwer überholen. Das ist einfach krank. Der war nicht alles lebst. Es ist einfach krank, aber ich kann es nicht versuchen. Sie kommen jetzt auf einer Ostfache. Ich hole mich die, die Oberfläche, deutel und gek!' Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.